Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Melt the Blood type Lumina. Wenn das mal was selber drin, deshalb ist dieses mal Dead Apostel Noel dran. Ich ... Ich ... ... Ich ist sicher ... ... ein grossartes Frau ... ... ein schussией ... ... Ich habe gefunden, ich habe mich ... Ich habe mich entwickelt, es ist ein Verunden, was ich? Das ist ein Verunden, was ich? Ich denke, es ist das etwas falsch. Ich habe mich auch, das Schwäte, das Schwäte und die Beine! Ich bin von mir und von mir, aus dem Angegen von den Köln! Ich bin ein Christophman als ein Tier, ein Mann! Ich bin dein Geist zu mir, in den Augen der Teufel! Ah, okay. Äh, okay. Die wirkt mir sehr, sehr nass gerade. Oh, okay. 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 also irgendwie finde ich den Charakter von seinem ... von der Arse und der Weize, das wäre geil, was ich sagen Diese ganze Wahnsinnige, das finde ich irgendwie sehr, sehr unterhaltsam. Schade, ich habe versucht, die Späsche von der rauszuhauen, aber irgendwie habe ich mich geschafft. Okay. Oh, schicke. Okay. 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 All right. Okay. Okay. Diese Frau ist nütz! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was ich hier. Das ist ein Ergebnis. Ich habe das eine schlechtes Leben gemacht. Danke, Nesiki. Okay... Ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen sollte, aber... Ich glaube, das ist ein neues... Neue Map, die habe ich glaube ich noch nicht vorgespielt. Das kommt die mir nicht bekannt vor, aber ich finde die irgendwie cool. Das hat irgendwas steiles, wie das Gratzfeld hier. Im Dunkeln. Mit den Lichtern. Alles gut. Im Suchen zu vieren. Ich kann es nicht mehr aufbauen. Im Nachmittag? Das ist nichts. ich mach das ganze hier einfach mal fernkampf das war morgen das war schon irgendwie ziemlich also ich von mir aber ja jetzt nummer fünf All right. Ich bin ein Böbel, ich bin ein Böbel, ich bin ein Böbel. Also ich finde die echt, Dead Apostle Noelle spielt sich echt echt, spielt sich wirklich gut für mich. Aber... Na, was ich? Nein, ich habe nichts. Nein. Nein, nein. Nein. Warte auf. Verrungen, dich zu sein. Verrungen! Bedeutte dich. Ich habe dich nicht. Ich werde dich auch noch machen. Ich werde dich auch noch machen. Was? Wenn du dich überfügt, dann... ... Na, schau mal, schon wiederholt. Oh, Mirko. Entweder kommt er als letztes CL oder Arcade gehe ich mal von aus. Einer von den beiden wird es sein. Ich weiß, Shiki war ja auch schon... Das ist jetzt mal besonders Arschloff, was ich hier mache. Okay, das war echt Mobbing. Aber... Ich wollte jetzt nicht noch. Das wäre dann doch etwas zu. Das ist echt. Okay. Okay, oder? Ah, nee, rot. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich bin ein sehr schreckes Schwer, das ich euch für die Verletzung. Wie ist es, Geh-N-Tatsch-Zin? Ich bin nur ein Geh-N-H-B. Ich bin ein Geh-N-H-B. Was ist das? Wollen Sie mich? Ich bin ein Geh-N-H-B. 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 Ich bin ein Ge domains conspft es gibt! Ich bin ein Geh-N-N-H-B. Si blffentlichke ich für Ihre limitationselle 報karte oder B�도inen? Oder du senst etwas darOLLー? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Ich habe noch nie gehört, dass du dich mit deinem Begrüß und deinem Begrüß und deinem Begrüß. Das ist du, Noe. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, now she's really pissed ach schade hat er mich tatsächlich nochmal getroffen ansonsten wäre es perfekt gewesen das wäre schon sehr cool ja 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 Awa! Awa! Und gewonnen! Geht's doch! Weiter geht's. Yuling? Was ist das? Ich habe mich nicht verletzt. Hör mal, wenn ich mich selbst selbst verletze? Ich habe mich nicht verletzt. Tschüss. Ich bin so gut, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Okay, was war das? Okay, was ist denn das gerade? Ja, was war das? Ja. Oh nein, ich wollte nicht skippen. Okay. Das nächste Mal wäre dann Aoko... Aoko Aosaki wäre das nächste Mal dran. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.